Stadtradeln 2020 und alle 16 Kommunen im Kreis Kleve machen mit. Nutze drei Wochen lang verstärkt dein Fahrrad. Für Arbeit, Einkauf und Freizeit. Das ist gesund, schützt das Klima und ist einfacher als du denkst. Tritt in die Pedale statt aufs Gas. Vom 15. Juni bis 5. Juli Kilometer sammeln. Registrierung und mehr unter stadtradeln.de